Am besten, wenn die krümmeln im Bett. Frühstück im Bett, weird. Man krümmelt, ist es halt wirklich so. Und im besten Falle schüttet man noch irgendwie Getränk ins Bett. Und dann hast du die ganzen Matratzen versaut. Am besten, wenn die schön in die Ritze rutschen. Boah, ihr seid ekelhaft. Manchmal. Manchmal, aber noch manchmal. Ich wollte nicht mit meiner eigenen Storys angucken. Hello, Birdies. Ich spiele jetzt noch ein bisschen Marvel's Avengers und wir quatschen über so viel Retalk gerade. Also schaut gerne vorbei. Warte, ist niemand von den Mods gerade da? Mods! Ich weiß, dass Iris in der Runde ist. Das ist auch so fein. Aber wo ist Dennis hin? Dennis! Dennis spielt wahrscheinlich mit Iris. Nice. Ja, Spiel. Was ist aus? Ich glaube, das Spiel ist kurz stehen geblieben. Dankeschön, Isa. Ich sag doch, mach mich mal so wenig, wie du hier bist, John. Das reicht schon, wenn man einen Katzenstreu im Bett hat. Das reicht schon, wenn man einen Vogelkot ab und an im Bett hat. Ehrlich gesagt. Also jetzt nicht, weil sie ins Bett scheißen, aber weil du einfach mal im Bett rumläufst. Äh, ich laufe im Bett rum. Genau. Weil du im Zimmer rumläufst und irgendwie dann ein Kot da reinfällt. Also an den Füßen hängen bleibt und sowas. So. Here I come through the power of the sun! Mich als Mod. Segen fürs Leben. Ich habe genügend Mods. Ja, ich spiele an ihr mit. Wobei, das macht sie jetzt auch nicht. Was, eine Influencerin? Weiß ich nicht. Oh, ich habe übrigens irgendwie einen Talentscout, hat mich bei Instagram angesprochen. Und hat mir auch so zwei Voice-Nachrichten geschickt. Und ich traue mich einfach nicht, diese Voice-Nachrichten von dem anzuhören, weil ich mir denke einfach so, Das ist super awkward. Super awkward. Die Schwerter machen Schwatt. Schwatt vor allen Dingen. Alter, ich kann nicht mehr reden. So. Marvel's Avengers Shield Substation Zero. Maria Hill hat im Pazifischen Nordwesten einen neuen Shield Außenposten eingerechnet. Substation Zero. In allen Außenposten wären Remote-Gruppen Gruppierungsterminals aufgestellt, dass du sämtliche Gruppierungsaufträge im selben Außenposten annehmen kannst. Ich bin verwirrt. Hilf Maria Hill bei der Untersuchung der neuen Whatever, wenn du die Zeitanomalien durch... Nein, keine Zeitanomalien. Nein, ich mache das nicht. Wir gehen einfach Kampagnen. Guck mal, da ist schon ein Tor, aber ich darf Tor nicht spielen. Kevin, du solltest mal mehr trainieren. Ist eine, die Influencer hat und verteilt. Also wir nennen das auch die Spreader. Ja, Kevin sollte mal trainieren. Der Wolf auch. Hat er bestimmt trainieren. Hast du mir eigentlich eben on-stream in Insta geschrieben? Äh, ja, habe ich. Als ich tot war, bei Among Us, da habe ich auch Koala was geschrieben. Bei Koala irgendwie, ähm, auch die, die, ähm, irgendwie meine Story repostet hat. Ich habe mir meine Waffe auf Wish bestellt. Oh, das kann ja auch nichts werden. Wer bestellt? Bestellt jemand wirklich ernsthaft von euch auf Wish? Huch, was geht denn jetzt ab? Warum ist das hier? Wo ist mein letzter Trick? Okay, Pim sagt auch nichts mehr. Interessant. Was? Was? Genau ist dieses Starboost-Ding. Komm ins Tech-Labor, Kleine. Und sieh's dir selber an. Was war das? Wo müssen wir denn hin? Äh, Tech-Labor. Ach, da war ich war. Ja, okay. Alle bisherigen Tests waren Fehlschläge. So, wenn man Suppe holen. Die Suppe holen. Hol mal deine Suppe. Hol mal deine Suppe. Lass sie dir schmecken, auf jeden Fall. Ich kann mir bestellen, ob ich sie alle auch auf Wish. Oh Gott. Ich hätte es auch nicht anders gewollt. Du könntest mal eine Scheibe wischen. Wow. Warte, was? What the fuck? Wieso kann man das so rausziehen? What the actual freaking f- Oh. 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 Sieht fantastisch aus. Weil sie fantastisch ist. 1,4 Milliarden Dollar, pure Eitelkeit. Vielleicht verbrenne ich beim Start, aber es wird verdammt gut aussehen. Alle Systeme im grünen Bereich, aber ich muss Sie warnen. Ein großer Sturm liegt direkt auf Ihrer Flugroute. Wenn es regnet, dann schüttet es. Tja, aber wir können nicht länger warten. Tony, ich hab dir zur Anregung etwas Musik hochgeladen. Oh nein. Keine Angst, ist nicht meine. Du schaffst das. Danke, Kleine. Okay. Drei, zwei, eins. Tony, du fliegst direkt in das Sturmsystem. Ich seh's, Kleine. Aber es gibt kein Zurück mehr. Komm schon. Komm schon. Nach links. Hey. Ah, verdammt. Der Sturm hat meine Systeme gegrillt. Kamala, Jarvis, seid ihr noch da? Ich krieg hier Kurzschlüsse, Leute. Jarvis, Kamala! Jarvis, ich brenne! Booster abwerfen! Ich muss das manuell machen. Das war knapp. Oh, Scheiße! Ja! 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 Ja... Ähm... Das sieht nicht so aus, also es sieht schon aus wie ein Exus-Terminal, aber... Mal sehen, was wir haben. Stell dir auf, du kommst los. Ach, ja, richtig. Das ist kein Sinn. Regenerative Formel. Das erklärt Haltons riesigen Kopf. Das ist ihr Ursprung. Wahrscheinlich irgendein armer Inhuman. Okay, dann suchen wir mal die Tür. Kein Stress. Rette den Inhuman. Keine regenerative Formel mehr. Keine Adaptoids. Jubel. Glückwunsch. Nee, ich erinnere mich. Stimmt, wir werden ja auf der Erde ja das Labor von Amy finden, weil das eben irritiert mich immer noch, dass es einfach das Tomb Raider Loot-Geräusch ist. Ein wenig. Aber wieso? Also ich finde, Wix ist einfach so ein unglücklich gewählter Name. Also ich persönlich denke, wenn ich die Seite höre an Wixen und bin immer so... What? Oh Gott. Kannst du mal... Danke. Same. Ja. Jemand zu Hause? Loot ist auf jeden Fall zu Hause. Wir hätten natürlich auch mal gucken sollen, ob wir irgendwie das Antoni noch mal ändern können. Also von wegen Leveln oder diegleichen. Okay, das sieht ein bisschen... Was ist das hier? Voller Weltraumstaub. Hier gibt es extrem wenig Fußgänger. Ich glaube, ich mache aufsicht... Symphonic Metal... Ach so, Nightwish ist eine Band. Das sieht ein bisschen aus wie ein Kampfraum. Ich kenne mich mit Fluss... Ich kenne mich bei Musik leider nicht so gut aus, deswegen bin ich immer so... Ja, ich bin verwirrt. Nicht autorisierte Lebensformen... Oh, hey, du meinst mich! Spannender Kampf auf jeden Fall. Für so einen großen Raum. Da habe ich jetzt mein Beispiel-Lied posten. Ich werde es auf jeden Fall nicht hören, wegen... Ach, Kacke. Äh, Dimcy... Ey, sag mal... Kannst du... Ist Steuerung nicht mehr die Taste zum Runterkommen? Das... Hallo? Hast du gerade... Hä, aber Steuerung war doch die Taste zum Runterkommen? Bin verwirrt. Äh, du kannst es gerne auf dem Discord posten, in Futter nach Freien, aber weil ich in Streams mir nie Musik anhören werde, oder dergleichen. Weil ich finde es auch immer doof, dann hast du Spierer auszutappen und sowas. Deswegen ist das ein bisschen... Also finde ich immer persönlich ein bisschen blöd. Ich gucke mal eben, ob hier unten noch loot ist, oder ob hier an den Wänden noch irgendwo was hängt. Was war das denn jetzt von dir, bitte? Oh. Im Weltraum, la boah. Und Flush, guck mal generell, wie viele Stunden du schon hast, weil wenn du hier schon 50 Stunden zugeguckt hast, dann kannst du auch links einfach so posten. Ich finde es irgendwie gerade mal angenehm, dass das wieder so ein bisschen Discovery-Mode ist und nicht irgendwie direkt hier hab 100 Wellen von Monstern Gegnern, die du töten wirst. Aber wenn sicherlich gleich nochmal ein Kampf kommen wird mit irgendwas. I guess. Hier ist auch nichts mehr zum Noten, richtig? Nö. Bingo. Da muss aber jemand... Das ist aber kalt hier. Das macht mir ein bisschen Angst. Nee, es dauert noch ein bisschen. Oje, aber auch nur was, hier ein Stündchen. Gar nicht ominös. Sag mal nicht, das ist Cap jetzt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, Cap. Oh mein Gott. Wieso hab ich da nicht eher dran gedacht? Oh, hallo, boi. Oh, hallo, boi. Was ist das alles? Wo bin ich? Oh. Oh. Umarmst du mich etwa? Was? Nein, ich wollte nicht, dass du fällst. Du kannst jetzt loslassen. Na ja, ich... Also, wie... Ich dachte, dass... Schön, dass du wieder zurück bist. Ich bin verwirrt. Ja, komm. Wir müssen weg. Komm. Warte, 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 warte. Äh, die Muskeln. Hat er überlebt? Halten? Wen interessiert's? Die Explosion, er war zu nah. Er hat überlebt. Geheimes Heilmittel-Outfit. Ja, geil. Sexy. Wenn man den Nachrichten glaubt, das ergibt keinen Sinn. Okay, ich hab dich. Die Evakuierung. Die vielen Menschen. Ja, dazu kommen wir noch. Kannst du gehen? Ja. Schon okay. Mir geht's gut. Aber ich bin jetzt Captain? Genau das ist mir. Aber ich bin jetzt Captain. Okay. Was ist der Plan? Ähm, also wir finden eine Rettungskapsel und, äh, retten uns. Du improvisierst gerade, oder? Ähm, ja. Ich, äh, dachte nicht, dass ich so weit komme. Ja. Tony, wo sind denn alle? Wo sind wir? Oh, also, im Weltraum. Mein Gott. Salto-Sprung, natürlich. Drücke Luft in der Luft, äh, noch mal etwas, um einen Salto-Sprung auszuführen. Natürlich. Das war kein Witz. Nein. Halte W und drücke in der Nähe einer glatten Wand, um automatisch einen Wandlauf zu beginnen. Natürlich, Wandläufe. Was kann Captain eigentlich nicht? Natürlich. Wow. Wow. Ich habe Loot, wie habe ich den Loot hier vergessen? Wie langweilig. What the heck? Ähm, also, fünf Jahre, was nach deinen Standards ein Powernap ist. Auf Eis bin ich den Leuten wohl sympathischer. Siehst du? Du machst schon wieder Witze. Schlechte, aber... Schlechte, aber immerhin. Was ist das für ein Gott? Aber wir kommen jetzt bestimmt in den großen Raum und dann gibt es erstmal Gemetze. Wetten? Was ist das? Verlassen Sie uns noch nicht. Monika, lang nicht gesehen. Dein Kumpel Talton war sicher nicht begeistert, als du Superhelden durch Superhelden- Blut ersetzt hast. Er überlässt die Details mir. Hören Sie damit auf. Sofort. Moment mal. Georgie weiß von all dem hier gar nichts. Und das bleibt auch so. Alter, sie ist eigentlich, glaube ich, die größere Feindin als... die größere Feindin als eben... Okay, ich hab's. Gehen wir! Talton selber. Talton ist, glaube ich, auch wahrscheinlich nur ein krankes Experiment. Was zur Hölle? Von ihr. Welche Killerroboter? Oh. Diese Killerroboter! Ich versuch's! Wo kommen die jetzt alle hier? Schön penetrant! Ich muss das hier mit Gewalt machen! Warum denn nicht gleich so? Aha. Mein Timing ist wieder scheiße! Mein Timing. Kannst du nicht... kontern? Wahrscheinlich nicht, ne? Alter! Okay, I guess. Ich kann... Aber ich kann kontern. Was ist dieses Geschütz? Ja, ich bin... Ich bin Captain America! Ich zieh das mal eben mit meinen Armen auseinander! Wieso kannst du dir da nicht... Keine Ahnung, die wird eingeblendet! Oh Gott. Alright, ist hier Loot? Hier ist... Äh... Captain, mein Captain, betrenn sie. Pass auf das Glas auf! Es kann dein Gewicht nicht halten! Hast du mich gerade fett genannt? Oh Gott. Ich muss dir die Naked verheißen. Ich muss dir die Naked verheißen. Tja. Hast du da noch auf brutal gespielt, weil ich hab's auf schwer rumgestellt. Natürlich. Ist das Cap nicht mehr gegangen? Ja. Aber hast du da noch auf brutal gespielt? Ja, vielleicht liegt's dann daran. Muss auch richtig... Ich hab's nur dabei umgestellt, weil's mir so nervig geworden ist, Dennis. Komm schon! Verdammt! 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 Nein, nein, nein! Captain of America! Die gute Nachricht! Wir sterben nicht als Feuerball. Die haben alle nicht die richtige Synchroschanti quasi. Wir werden wohl vorher ersticken. Oh, das können wir ja irgendwoher haben. Aber die Aussicht ist schön. Das ist sie. Verdammt. So knapp. Tja, da wir jetzt sowieso sterben werden, möchtest du... Möchtest du vielleicht was beichten? Deine Witze. Ich versteh' sie einfach nicht. Ich weiß... Dein Tagebuch. Warum hast du den Reaktor zerstört? Viele sind gestorben. Tony, da war was begraben. Tief in der Bucht. Es war mit dem Reaktor verbunden und kam langsam an die Oberfläche. Das Erdbeben. Ich musste handeln. Die San Andreas Verwerfung ging fast hoch. Die Stadt wäre ins Meer gerutscht und Millionen wären gestorben. Hab nie an dir gezweifelt. Wollst nur hören, weißt du? Natürlich. Was ist das denn? Teleport-Guy. Maybe. Ah! Wen haben wir denn da? Natürlich. Thor! Hat sich eigentlich immer alle retten? Nichts anderes erwarte ich vom Gott des Donners. Hi, Thor. Willkommen zurück. Aber ich finde, Thor Stimme ist sehr gut geworden. Was kommt mit dem? Das war Ihre regenerative Formel? George? Wie lange war ich Ihre Laborratte? Mhm. Ich wusste, dass Sie so reagieren würden. Sie würden lieber sterben, als etwas von Ihnen zu brauchen. Ich habe Ihnen vertraut. Sie sind am Leben. Oh, mir ist noch nicht aufgefallen, dass sie zwei verschiedene Augen kommen hat. Sie kontrollieren Maschinen mit Ihrem Verstand. Denken Sie doch nur mal an ihn. Sie infizierten mich mit seinem Blut. Ich hätte sterben können. Aber Sie leben. Denken Sie an den Traum, George. Was ist dein Kopf so riesig? Und ich gebe Ihnen nun dieselbe Chance, die ich hatte. Oh, nein. Was haben Sie? Ich werde Superkräfte ausrotten. Selbst wenn es mit mir endet. George! Hat er die hier umgenähtet? Ist sie jetzt tot? Hallo, alter Freund. Oh. Oh, das Outfit. Huh. Steve. Ned. Tut gut, dich zu sehen. Wenn ich gewusst hätte, dass du lebst. Dass sie dich haben. Das ist nicht deine Schuld. Tartan wusste nicht, dass Monica mich hatte. Was? A-Day. Derart. Monica hat Taskmaster auf das Terigen angesetzt. Seine Männer haben das Sicherheitsprotokoll und den Autopiloten der Chimera aktiviert. Aber dieses... Ding in der Bucht. Das kam unerwartet. Das Wärmesignal. Das war wohl der Grund für das Beben und die Zerstörung. Was war das? Ich weiß es nicht. Ned, ich... Ich denke ständig daran, wenn... wenn ich nicht... die vielen Menschen... Nein. Es ist nicht deine Schuld. Dieses Schiff hätte niemals starten sollen. Ich hätte dasselbe getan. Du jetzt. Ich wusste... Kamala! Wieso bist du so leise? Kommt. Ihr müsst euch das ansehen. Kamala, warum bist du so leise? Was ist da los? Uh. Was ist die Analytica, Flush? Oh, Toa! Ach, alle neuer Rüstung. Asa Kamala hat ihr... Selfmade-Rüstungsding immer noch. Ja. Jaws trifft's auf den Punkt. Absturz der Chimera in Manhattan ist die Lage prekärer. Badass, damn. Ich fürchte, AIM wird die Verfolgung aller Inhumans jetzt noch hartnäckiger vorantreiben. Wir dürfen das nicht zulassen. Die Welt braucht die Avengers jetzt mehr als je zuvor. Wir bereiten gerade unsere letzte Konfrontation... Neuer Heldverfüger. Captain America ist jetzt für Einsätze verfügbar und keinen Heldenkader gewählt werden. Jaaaa! Was ist mit diesem... Haben Sie sich extra Mühe bei diesem Po gegeben? Oder was ist da los? Warum sieht der so gut aus? Warum sieht der so gut aus? Wir könnten im Rahmen dieser Aufgabe unseren Verbündeten helfen. Commander Hill und Dr. Pim melden große Schwierigkeiten bei der Koordination unserer Bemühungen, weil AIM die Kommunikationsnetzwerke der Welt fest im Griff hat. Wie können wir helfen? Sie wollen, dass wir AIMs Hauptkommunikationszentrum zerstören, um die Resistance zu einen. Dann machen wir das, alter Freund. Ikonisch müsst ihr uns frei verfügbar... Jaaaa! Natürlich haben... In den Nachrichten sind Meldungen über Thor Odinson aufgetaucht. Angeblich arbeitet er in Skandinavien mit früheren AIM Wissenschaftlern zusammen. Das kann zur AIM Propagandakampagne gegen die Avengers gehören, müsste aber untersucht werden. In Ordnung. Wir befragen sofort Thor dazu. Das ist... Amerikas Arsch! Ja, was ist das wirklich Amerikas Arsch? Ich schau irgendwann mal die Marvel-Filme an. Didada, didada, two face. Thor ist jetzt für Einsätze verfügbar und kann in Heldenkader gewählt werden. Und wir haben auch Thors ikonische Missionsreihe. Äh... Wir könnten erstmal mit den Leuten irgendwie quatschen und sowas, ne? Ey, yo, Toni, was geht? Wahnsinnsrettung, was? Jetzt, wo du wieder da bist, verliert der liebe Georgie-Boy wahrscheinlich den Verstand. Er wird unberechenbar sein. Wir müssen uns auf alles gefasst machen. Ich meine, der hat Monica probably... Ach, nett. Was ist denn los bei dir, dass du so am Rumbangen bist immer? Wie steht sie denn da? Nett, ich muss sagen. Das überrascht mich nicht, dass du weitergekämpft hast. Das ist gar nicht unheimlich. Ich habe mich schon gestrauchelt. Ich hätte mich fast verloren, wie die anderen. Aber jetzt bist du hier. Mit deiner Rückendeckung fühle ich mich besser. Das ist gar nicht unheimlich, wie sich der Kopf auch bewegt oder so. Nein, nein. Auf gar keinen Fall. Absolut. Über. Habt nicht. So, jetzt sind wir hier oben. Irgendwie komme ich auf der Kamera immer noch nicht klar. Aber es tauchen immer neue Boxen auf. Ist das nicht schön? Nett, Bagger drum. Buckt. Oh, wir haben einen eigenen Raum. Piep. Der hat auch ein Badezimmer? Wieso haben wir nur zwei ein Badezimmer? Etwas älter. Bei Weiser bin ich nicht sicher. Probably not, wenn man fünf Stunden, äh, fünf Stunden, fünf Jahre geschlafen hat. So. Den muss ich aufbauen. Ich bin ein wenig außer Form. Ja, bei fünf Stunden, fünf Jahren ist es auch nicht verwunderlich. Ah. Meine alte Enzyklopädie. Das Internet ist einfach nichts für mich. Okay. Oh. Du wärst stolz auf S.H.I.E.L.D., wie es jetzt ist. Ich wünschte, du könntest es sehen. Wer sind die da? Weil das ist doch eigentlich komplett schon untergegangen, so ein bisschen. Ach. Viel besser als die Kryo-Kapsel. Ernsthaft? Viel besser als die Kryo-Kapsel? Also... Ne, also... Da gehört auch nicht zu viel... Da gehört nicht viel bei, dass das besser ist als die Kryo-Kapsel. So, bin wieder da. Willkommen zurück, Inke. Von Kuchen. Ich habe sehr viel nachzuholen. Oh, da gibt's was für Looten. Hab ich das jetzt gelootet? Aber Spieltag nicht an, was das ist. Okay, cool. Alles schön mit dem Bock. Ja, aber guck mal, hier ist auch eine Box, die loote ich einfach. So, ich brauch deine Sachen nicht. Wenigstens kommen wir jetzt eigentlich wieder in den Hangar rein, ohne großartige Probleme. Und find's cool, dass wir endlich das Kader komplett haben. Brust, mein, ja. Inke hat Pfannkuchen gegessen? Probably. Ich freue mich wieder mit dir zu kämpfen, Captain. Das geht mir genauso, Kumpel. Die Avengers waren zu lange weg. Da gibt's noch was zur Interaktion. Es ist Zeit, diesen Symbol gerecht zu werden. Nein, hab ich die... Wir waren zu lange weg. Achso, okay. Ich dachte schon, ich hätte irgendwie eine Mission jetzt gestartet und war so... Nein! I don't want to. Wir haben gerade festgestellt, dass der Hut von dem neuen Hansuskin perfekt als Nasenschutz passen würde. Oh, echt? Muss ich mir nochmal angucken. Serviettenknödel mit Pfeffeling und Champagner-Soubet mit Beeren. Da hat aber jemand fein gegessen. Selbst gemacht oder im Restaurant gemampft? Also für seine Nase. Achso! Für die lange... Restaurant. Das ging aber wirklich sehr gut. Ich hoffe, es hat gemundet. Vaponnös. Sehr schön. Okay. Hier oben habe ich nichts mehr zumuten gesehen. Ja, wir haben Höherstubi. Ausrüstung verfügbar. Wissen wir. Sie ist in ihrem Raum. Darf ich hier rein? Hey Kamala, was geht? Guck mal, die hat sogar was besseres im Schrank hängen. Oh, hi. Ähm. Captain America? Wow. Okay. Ich hätte nie gedacht, dass wir mal zusammenarbeiten. Kann ich das nochmal sagen? Haha. Ich bin nur ein ganz normaler Junge aus Brooklyn. Äh, Captain America? Klar. Natürlich. Ein ganz normaler Captain America. Oh, sie arbeitet auf jeden Fall ein Kostüm. Sehr hart. Warte, ist das nicht... Das ist doch mein... Äh, haben wir jetzt mit einem... Wo ist eigentlich Bruce? Der ist hier drin. Ja. Ja. Genauso sauber und beruhigend wie immer. Ist auf dem Fall mittlerweile wieder mehr los. Und es gibt was zu looten. Hat sich schon mal gelohnt hier reinzukommen. Bruce? Wie ist es bei dir gelaufen? Eine Weile, äh, stand sie auf Messerschneide. Kamala hat mich da wieder rausgeholt. Ich freue mich darauf, sie näher kennenzulernen. Sie ist wirklich gut, Cap. Vielleicht eine der besten. Noch nie Training für so Kämpfe oder so gehabt. Wobei, sie konnte ja am Anfang schon viel springen. Von daher. I guess it's fitting. Äh, ja. Gehen wir mal zurück zum Kommandodeck. Ach, wobei, wir können uns hier oben nochmal ein bisschen umsehen. Ich hab grad nicht so Lust, mich wirklich aktiv umzusehen mit Captain. Äh, und ich hab auch keine Lust, die Tagesmission anzunehmen, weil... Ich werde den E-Mail wahrscheinlich beenden. Wir machen auch nicht mehr so lange jetzt für heute. Wir haben halt viel gequatscht heute. Deswegen gibt's halt heute weniger Marvels Spielzeit. Aber... It is what it is, guys. It is what it is. Ah, die Kavallerie ist da. The Kavallerie is here! I'm sorry. I'm not sorry. No, I'm actually not sorry. So, wir gucken mal, was wir für Aufgaben für ihn jetzt haben. 20 müssen... Ja, jetzt haben wir halt seine Trainingsübungsgedöns. Kraftschule niedrig. Warum? Hm... Ich meine, ich müsste ihn leveln, ich weiß das auch. Tony braucht Hilfe bei einem Geheimprojekt zur Ausrüstung der Avengers. Für ihn bevorstehenden Kampf gegen AIM und Sammeln der weltverstreute Ressourcen um ihn zu helfen. Och, das ist meine Hauptmission. Okay, ich seh schon, nächste Woche brennt man hier aus mit Informationen. Warum? Was ist los? Okay, das ist die ikonische Mission für Widow. Äh... Das ist irgendeine Mission. Das ist seine ikonische Mission. I guess, wir spielen dann seine ikonische Mission erstmal. Das ist auf jeden Fall ein bisschen zu hoch. Plus eins, seems fine. Wir müssen eh nochmal gucken. Der sieht ja wohl bitte nicht so aus. Der hat ein Kostüm, Leute! Kommander Hill. AIM hat seine Lügen über die Resistance schon zu lange verbreitet. Das muss aufhören. Ersetzen wir diese Lügen durch die... Was genau bietet die Analytiker? Aber es sind viele Satelliten. Mit diesem Netzwerk kontrollieren sie die Informationen. Jarvis hat mehrere AIM-Satellitenzentren identifiziert, die das Ganze steuern. Ich weiß, was sie denken. Wir schalten eins aus, dann bricht ihr Netzwerk zusammen. Zumindest für ein paar Stunden. Wir könnten Nachrichten an die gesamte Resistance senden. Vorübergehend. Deshalb ist jedes Wort wichtig, das wir senden. Wir haben keine Waffen, die für Satelliten stark genug sind. Also wie soll das gehen? Der Satellit ist durch einen Weltraumaufzug mit der Erde verbunden. So kommen wir rauf. Einen Weltraumaufzug? Einen Weltraumaufzug? Einen Weltraumaufzug? Excuse me. Achso, nein. So, wen wollen wir denn dabei haben? Aber ich würde gerne auch... 1, 2, 3. Wobei Thor halt auch komplett unterlevelt ist, ne? Aber... Die beiden sind halt am höchsten, weil ich sie gerne spiele. Er levelt halt nicht mit, deswegen ist das irgendwie ein bisschen bescheuert. Ding! 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 Dann brauchen sie als erstes die Startcodes für diesen Weltraumaufzug. Das ist riskant. Es lohnt sich, Hill. Die Resistance ist noch anfällig. Wir müssen uns organisieren. Offene Kommunikationswege sind dabei entscheidend. Wir können mal eben seine Ausrüstung checken. Und... Ich weiß... Ich weiß... Wir werden eh danach... Ich nehme an Sie wissen, woher wir die Codes kriegen. Jarvis hat einen Aim-Basis-Commander gefunden, der sie hat. Den werden wir besuchen. Such ein cool Buch. Vorträge zur Analyse gerichte Laborausstattung, Biotechnologie, Bionformatik, Lebensmittel, Analytik, Jobsuche und ähnliches. Das klingt aber echt spannend. Puh. Wir müssen ja auch Ressourcen sammeln, habe ich gehört. Oder gelesen, besser gesagt. Das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Es wäre mir zu komplex, bin ich ehrlich. Aber ich wünsche dir viel Spaß. Dieser doofe Sende-Mast wieder, ne? Der mich jedes Mal verwirrt. Teilnahme ist kostenlos? Ist das digital dann? Wahrscheinlich, oder? Für jeder, der Interesse hat. Oh Gott, ich dachte, ich sterbe jetzt schon wieder. Also was heißt schon wieder? Ich bin mit Cap noch nicht einmal gestorben, aber... You know what I mean. Oh. Du glaubst richtig. Okay, das ist auch nochmal ein Weg, um da hochzukommen. Huch! Da war ein Ast, den ich nicht gesehen habe. Und ich denke mir sogar, was tust du da, Cap? Wir haben da Fragezeichen noch. Cap, wir brauchen die Startcodes. Bin unterwegs. Muss ich mal einmal runtergehen hier? Danke. Hallo? Haben sie ihr Lot gesehen? Hallo, 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 hallo? Okay, kein Loot. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Müssen wir hier da rein? Nee. Oder? Ist das nur, ist das nur, ist das nur Werbung, genau? Ist das... Nein, ha. Oder oben ist bunter Loot. Da steht eine Truhe mit Ausrüstung in der Nähe. Oh, da kommt ich nicht mehr. Keine Sorge, wir schaffen das. Suchen Sie eine Truhe mit Ausrüstung in der Nähe. Captain, vor der Musik. Genau wie immer, Avengers. Oh, da ist eigentlich erst ihr Hut drauf. Ist mir jetzt auch egal, ehrlich gesagt. Oh, wir haben schon wieder Loot verpasst. Die machen das schon. Uff. Ha! Uff. Äh, capped. Okay, cool. Wir haben uns gerettet. Episch. Ah, ich habe endlich meine Haare wieder geschnitten. Ja, nice. Oh, er kann so geil kontern. Wenn man es... Ah, er hat Zeit geschafft. Okay. Ein ganz anderes Gefühl, wieder Luft am Kopf zu haben. Kann ich verstehen. So, jetzt müssen wir mal wieder, wie immer, die letzten... Die letzten Schaltflächen finden. Und ich finde die natürlich wie immer nicht. Weil ich Dulli bin. Ich bin so stolz auf mich. Und jetzt... Da oben. Achso, nee, da ist noch ein Geschütz. Wir kriegen Besuch. Hä? Warte mal, ist das wieder... Ach, wieso verballere ich das eigentlich jetzt mal? Kann man... Müssen wir da nicht rein? Uff, da habe ich was kaputt gemacht. Ah ja, guck mal. Dann machen wir das so. Nochmal raus. Vielleicht solltest du nicht immer... Mützen und... Wat? 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 Was laberst du, Dennis? Yay! Loot Paradise! Nice! We got it! Ich habe noch hier hinten irgendwo Loot gesehen. Ich habe da und da links nochmal. Du schaffst das. Ich sollte vielleicht mir mal durchlesen, was Captain eigentlich kann. Aber das required lesen. In der Nähe ihrer Position steht eine Truhe mit Spezialressourcen. Ja, aber ich bin nach links. Ich bin... Ich bin nach links. Das war jetzt die Elite-Einheit hier? Wahrscheinlich oben, ne? Wie kommen wir da hoch am besten? Von da hinten wahrscheinlich. Ah, da ist auch ne Truhe. Guck mal. Warte, wie komm ich denn da hin? Oh nein, ich schon wieder so ein Dingsi-Spawner. Hat Captain eigentlich auch ein F? Okay, ja, hat er. Hallo, springen Sie jetzt. Ganz knapp. Aber ich glaube, das ist actually der Weg. Ich hab's nur nicht zu spät gesehen, dass ich an der Wand entlang laufen kann. I guess. Ja, ich hab's zu spät gesehen. Oh Gott. Oh Gott. Oh nein. Ich bin nach oben gesprungen. Ah, wieso ist denn jetzt hier mal der Töckgrund? War gerade am Haare wegsaugen. Den kannst du nur gewinnen, wenn ich abgelenkt bin. Wow. Wieso gehst du da nicht entlang? Das ist doch eindeutig eine Wand, an der er auch entlang laufen kann. Nein. Ja. Was? Andere Richtung. I'm stuck. Oh Gott. Weird game. Ich war abgelenkt von deiner Schönheit. Oh, von da kommen wir dahin. Oh, da ist auch Loot. Oh Gott, wie komm ich denn jetzt wieder zurück? Ja, wahrscheinlich genau auf den gleichen Weg, ne? Ah, guck mal, jetzt sieht das auch viel solider aus. Ich fand deine CPU. Kevin steht so richtig... Ach Kevin, sag ich schon. Dennis steht so richtig auf den neuen Zubuss. Flush, schön, dass du da warst. Ich wünsche dir eine wunderschöne gute Nacht. Viel Spaß schon mal auf der Analytica. Okay, das ist ein nicer Bug hier wieder wie immer. Ja. So, dann müssen wir, glaube ich, von hier... Wobei, komm mal, das sollte klappen, oder? Okay. Achso, das ist nur eine Truhe. Irgendwie... Boah, ich verwechsel das Truhen-Symbol. Manchmal so krass mit dem... Eine bessere Einheitssymbol, weil das halt auch nur so ein Helm ist. Und es sieht einfach... Ich finde, es sieht einfach sehr, sehr gleich aus. Gott sei Dank gibt es halt Vollstrahlen. Guck mal, dann haben wir noch links zwei Fragezeichen. Rechts halt... Oh, da bin ich nicht drüber übersehen! Was ist da los? So geht das nicht. Er macht meine Hardware so oft. Nerd Talk ist best Talk, I guess. Nerd Talk spielt keine Rolle. Wir schaffen das! Okay, cool. Ist das nicht da, wo die Türen geöffnet werden müssen? Ach, das ist bestimmt hier hinten. Ah ja. Yeah! Cap kann endlich die Türen wieder aufmachen. Nicht so wie nett. Das ist auch ein bisschen nervig an Nett. Oder ich bin einfach zu dumm bei Nett, Türen richtig aufzumachen. I don't know. Guck mal, wer da oben... Ach Gott, hier, wir haben hier oben ganz viel Loot vergessen. Oh nein! Ach, der Sprung hat nicht gesetzt. Der im Zentralbereich, ja. Verschaffen wir uns seine Aufmerksamkeit. Ich denke jetzt gerade ein bisschen, dass Iron Man manchmal auch ein Gegner ist, weil er ja noch mit der weißen Rüstung rummeiert. Naja. Da ist ein Boss. Oh. Versuchen Sie eine Truhe mit Spezialressourcen in der Nähe. Ich dachte, ich hätte es gedodged. Ja, wir haben ein Level-Up. Nicht ganz. Der Aufzug wird von einem mehrstufigen Authentifizierungssystem mit drei Verteilerkästen gesteuert. Jarvis braucht die Kontrolle über sie, um die Freigabe zu fälschen und sie reinzubringen. Cap konnte das am Anfang nicht. Es tut mir leid, dass ich nur auf Schwer spiele und nicht auf Brutal, okay? Komm ich hier rein? Achso, mit dem Tuch. Sicherheits... Was? Sicherheits-Soverides-Was? Ist das ein Wort? Manche Kontroll... Danke, Spiel. Manche Kontrollfelder. Was? Warum kann ich das nicht? Muss ich hacken? Kann nur wahrscheinlich nicht hacken. Sir, AIM ist jetzt alarmiert. Rechnen Sie im Transportzentrum mit schwerem Widerstand. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ähm... Auch aufschwer nicht. Die Türen aufmachen. Nein, Cap konnte das nicht. Achso, die Türen aufmachen. Das ist ja lame. Boost! So, wir lesen uns mal seine Fähigkeiten, seine Spezialisierung zumindest an. Sammelruf. Drücke eins auf seine Teamkameran zusammen. Gegner in der Nähe und alle, die in den Angriff während Sammelrufe aktiv sind, sind markiert. Der Sammelruf markiert die Gegner allein durch alle Quellen mehr Schaden. Das ist schön. Drücke zwei, um sofort bis zu vier Gegner anzuvisieren und wirf deine Schild mit unversteuerbarer Kraft um allen anvisierten Gegner mit dem abkannenden Schild beträchtlichen Schaden zuzufügen. Hebt auch Block auf. Das hebt aber kein Block auf. Das hebt Block auf. Das ist ja cool. Äh... Geil. I like this. Ähm... Broken Brawl! Um einen mächtigen Schildschuss auszuführen, der intrinsische Energie regeneriert und Gegner innehalten lässt. Nach dem Schildschuss werden Schaden und Defensivstärken erhöht. Außerdem ist kurzzeitig eine neue Block. Okay, dann haben wir Bewegungsfähigkeiten, dass er halt alles mögliche, witzigerweise, kann. Und dann haben wir eben New York-Knöchel. Geil. Äh... Hebt Block auf. Halte. Okay. Drücke. Luft um ein... Ja, das haben wir ja schon einmal gemacht. Hebt... Oh, das wäre natürlich auch ganz nice. Aber ich glaube, wir machen erst mal einen easy Blockaufheber. Ähm... Haben wir sonst noch was an Ausrüstung? Ne, komm. Dann zerlegen wir das schon mal schnell. Run Forest One. Ich renne mal schnell einkaufen als Klärchen. Es kann sein, dass ich dann vielleicht nicht mehr da bin. Eigentlich mit den schönen Abend schon mal, Kevin. Oh, jetzt haben wir schöne Kraftstufen. Die Türen aufmachen. Vielleicht haben sie das gepatcht. Vielleicht kann Ned das jetzt auch. Weil es gab ja einen Patch heute. Mit 5 GB. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was sie gepatcht haben. Ich finde es schade, dass ich immer noch nicht die, äh... Dinger... Oh, gab einen Patch von 5 GB. Ja. Genau. Das war dumm. Warum habe ich das gemacht? Ich dachte, ich komme da dran. Entschuldigung. Ja, die haben, ähm... Das haben die reingepatcht. Da ist schon eine Wälde drin. Das könnte ich dann... Ah, den nöt. Okay. Oko, Lutz. Wie komme ich jetzt hier hoch? Hallo? Oh Gott, ich bin so... Jetzt oder nie, Cap. Wir geben sie sich zum Aufzug, bevor sie das Ding komplett abschalten. Gott sei Dank haben wir nie Zeitschuss im Spiel. Auch wenn die immer Zeitschuss schieben. Ich habe dann halt, als wir quasi unseren Realtalk hatten, habe ich das runtergeladen und war so, oh, das ist sehr passend, dass wir gerade Realtalk haben. Verschaffen Sie sich Zugang zu den drei Verteilern, die das Sicherheitssystem sperren, damit die Office reinkommt. AIM wird versuchen, ihn rauszuwerfen. Also müssen Sie die Truppe auf Distanz halten. Naja, wir looten erstmal. Looten wir dann und sowas, ne? Ich denke mal, diese kleinen Explosionsdinger sind auch irgendwie Loot-Dinger und dann bin ich mal so, oh, Loot! Und dann so, ne, doch nicht. Es wäre ja nur sehr anlackig, wenn die Mission schon anfangen würde, mit dem auf der Schaltfläche stehen. Aber ist sie ja zum Glück nicht. Also machen wir erstmal die anderen Dinge fertig. Und dann schauen wir mal weiter. Komme ich von hier oben dahin? Ja. Nöt! Ähm, wir haben rechts noch irgendwo was gehabt. Aber du hast doch gesehen! Oh, warte, wir können auch... Actually, hier drauf. Aber nichtsdestotrotz hatte ich hier unten noch was gesehen. Ich bin mir da ziemlich sicher, dass ich hier noch was gesehen hatte. Mein Ludrida-Radar geht doch hier los. Zeig doch. So. Fragezeichen sind einmal da, lass den Truhen, dann geben wir erstmal dorthin. Ich finde, die schmeißen so viel Loot-Sachen in die Welt rein, dass ich schon mittlerweile denke, ist jetzt auch tragisch, wenn ich was verpasse, ehrlich gesagt. Lüut! Sind wir hierher gekommen? Ach, ich bin so ein Depp, das ist die Truhe, die ich nicht hacken kann. Ach, Mensch, sorry, Leute. Ich habe mich auch gut verwirrt. Okay, dann gehen wir eben da hin. Wohl. Oh, das ist ein gutes ... Gott sei Dank habe ich Kamala dabei, die mich zur Not auch noch heilt. Äh, wo ist denn der Aim-Resist? Oh, guck mal, da ist eine Lootbox. Da oben. Guck mal, da ist auch noch mal eine Lootbox. Ist auch noch mal zu looten. Upsala. Ich hatte den Indikator dafür gar nicht. Das ist irgendwie geil. Ach so, das ist Tony. Ich sag ja, ich muss Tony wieder umkleiden. Das geht gar nicht klar so. Das geht gar nicht klar. Overpowered! Dabei spiele ich halt nur auf Schwer, ja, und nicht mehr auf Brutal. Also es ist krass, dass man so stark overpowered ist. Es sei denn, das Spiel orientiert sich an dem höchsten Kraftstufler. Aber es fühlt sich nicht so an. Ich weiß es doch auch nicht, Mensch, Leute. Wer redet da? Jarvis. Wo ist denn jetzt? Ach so, die sind wieder gespawnt. Okay, cool. Äh, müssen wir jetzt eigentlich nicht so wirklich engage'n? Wir gage'n aber gerne mit dem Loot. So, und dann machen wir jetzt wohl die Mission. Schalten wir die Typen aus. Yes, baby. Ach so, wir müssen hier wieder... Je mehr Verteiler, desto besser. Dranbleiben. Das musste so kommen. AIM kontrolliert einen Verteiler. Sie wollen Jarvis rauswerfen. Okay, Jarvis wird jetzt anfangen. Wo ist C? Sie müssen AIM von den Verteilern wegbringen. Ah! Wo ist denn C? Ach, hier ist auch oben. Okay, cool. Komm nach! Seine Einsen und Nullen sind vielversprechend. Aber wir müssen die Verteiler im Griff behalten. Wer nicht wohnen will, muss füllen. Jetzt lassen Sie! Ich habe das Gefühl, mein Schild läuft gerade übrigens irgendwo her. Wir müssen noch mal eine AIM runter. Hier! AIM kontrolliert einen Verteiler. Sie wollen Jarvis rauswerfen. Bin dran. Der Nachlaut ist mit Jarvis! Ich bin weg mit dir. Ich schreibe Feind an! Du sollst halt den Block von dem hier aufheben und dann greift man wieder irgendjemand anderen an. Episch. Megageil. Es geht los. Eine super lange Aufzugfahrt, bitte sehr. Du scheiße, wirklich jetzt ein Aufzug ins Wetter. Let's go. Easy. Serverhacken vom Sterne. Nice. Eine Warnung, Sir. Das wird eine ziemlich unruhige Fahrt. Alle festhalten. Das macht das so. Aufzug ins Wetter, das ist ziemlich realistisch. Ich würde mich auch total beruhigen ohne Anzüge oder so. Also so voll beruhigend, was wir da tun. So mag ich das. Sieg, Sieg. Finden Sie die Konsole für die Türen der Zentrale. Mit Geschützenden drin. Ja! Also macht, also... Es macht schon sehr viel. Mit Grafen, kein Problem mit Grafen. Wollte ich auszubauen, ja oder? Ja, wenn nicht alles ausgeschaltet wird, bleibt der Satellit aktiv. Big Fight. Okay, die glitschen ein bisschen rum. Wir sind bereit, Cap. So weit der Satellit offline ist, senden wir an alle eine Nachricht. Und noch ein Schurke weniger. Mach Pause! Der, der pennt auch. Der macht wirklich Pause gerade, der Dude. Wir haben übrigens zwei Moves, das ist ganz nice. Glaubt ihr, das geht gut? Das ist... Oh ja, ich dachte schon. Ja, Toni! Nice. Oh nein. Okay, ist es doch das? Bra! Oh, Gott schön, Knopi! Vielen lieben Dank für den... Oh. Hi! Vielen lieben Dank für den Raid, willkommen an alle! Na? Wie lange habt ihr noch Among Us gespielt, ihr Lieben? Schön, dass du da bist. Es war super witzig heute mit euch. Und manchmal ein bisschen in die Verzweiflung getrieben. Halle ich im Melo! Werden mich nicht kennt. Hi, ich bin die Isa. Ich... Ich mach... Ich mach... Ich bin eine Overwatch-Varity-Streamerin und ich glaube, ich hab gerade was vergessen, Kumpel zu machen. Nooo! Nicht die Dudes schon wieder! Aua! Okay, das kann ich nicht. Ah! Ähm... Und Melo, vielen Dank für eine volle Bekampelung zum Gratis. Ich hoffe, es ist okay, dass ich ihn Melo nenne. Du hast keine Steine mehr! Kommen Sie gefälligst runter! Danke für den... Au! Don't... Hä? Genau, ich bin eine Overwatch-Varity-Streamerin. Das heißt, es gibt hier verschiedene... Sachen, die ihr guuuuuckn! Gründ! Okay, warte, warte. Au! Ich habe dir noch kein Foto da gelassen. Du... Ach, alles gut, du! Kein Stress! Ist das Tony fine? Wer lebt keine Federkot-Legion? Ja? Richtig! Ja, finde ich auch. Bist du eben krass. Mir... Boah, Alter, die Rasten kommen mit aus. Bei mir ist... Ich bin nach zwei Stunden Among Us auch einfach dann so. Ähm... Das reicht mir. War das die Mission? Achso, nein, wir müssen noch raus. Okay, okay. Dampfwalze. Das sind keine... Sind das keine Schalter? Ich hätte gedacht, das wären Schalter. Wo müssen wir denn hin? Wo müssen wir denn hin? Wo müssen wir... Achso, warte, hier ist ein Knopf. Nice. Achso. Ja, okay, jetzt kommen wir raus. Hä? Dieser kommt komplett verwirrt. Ja, wir nehmen auch den supersicheren Fahrstuhl nach unten jetzt. Macht total Sinn. Und dann... in die Nähe der Räupte. Ja. Boah! Und... Bumm, 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 bumm. Bumm, bumm, bumm. Bumm, bumm, bumm. ersetzen an alle, die Angst haben oder nicht wissen, wohin. Die Avengers sind zurück. Hey Dennis, ich hab das sogar auf Normal gespielt, weil ich das wieder vergesse mit den ikonischen Missionen, dass ich das hier erstmal anfassen muss. Graphen gleich zweidimensional Kohlenstoffverbindungen theoretisch wäre, damit der Bau eines Weltraumfuges realisierbar ist. Das war's easy mode. Aber ich verstehe auch nicht, warum die jedes Mal warum die jedes Mal eben die Nebenmissionen von der Schwierigkeit anändern. Ich achte da doch nicht jedes Mal drauf. Wenn ich das Spiel auf Schwer stelle, dann warte ich doch auch, dass die Nebenmissionen auf Schwer sind. Nee, aber selbst als ich das auf Brutal gespielt habe, waren die Nebenmissionen immer auf Normal. Das macht keinen Sinn. Ich mag das nicht. Aber eigentlich wollte ich jetzt auch Feierabend machen. Wir haben ihn zumindest ein bisschen gelevelt. Können wir eigentlich noch mal ins Tab-System gehen? Yes. Ähm, irgendwas wollte ich nachgemacht haben. Das wollte ich, ne? Ich glaube schon. Machen wir das mal. Boop! So. Haben wir immer noch keine Fähigkeiten? Und wir haben immer noch einen Fähigkeitenpunkt. Das dürfen wir aber noch nicht. Also stecken wir einfach hier, weil bloß das rein. Während des Zielens links drücken, um den Schildwurf aufzuladen. Ziele bis zu drei, ähm, auf bis zu drei gegen. Ja, das ist... Oh, das ist Fernkampfwes. Noch eine Mission. Aber es ist schon so spät. Und ich wollte noch Bau spielen. Es ist Freitag. Ja. Mit meinem Lurk hab noch eine Weile bis Aukland-Flugsimulator. Ah, viel Spaß. Da wünsche ich dir dabei. Das fährt jetzt auch eh, wie gesagt, nicht mehr wirklich so wirklich... Also ich neige mich schon gegen Feierabend. So, ne. Das wollen wir dann zerlegen. Geil. Okay. Ich neige auch zu vielen Dingen, Isa. Ist okay. Ja, oder? Dann eigentlich... Ich würd mich halt jetzt einfach... Oh nein. Oh nein. Okay, cool. Wir haben's mal gecancelt. Äh, ich würd mich grad auch ein bisschen dazu zwingen und das möchte ich auch nicht. Und, äh... Wir haben's mal gecancelt. Also...